Moin Leute, Powerbüro am Start. Heute haben wir für euch mal die knallfreche A von Keller. Ich würde sagen, zünde ich mal eins von diesen guten Dingern. Na gut, also ich würde sagen, einer ist ja okay, aber ich glaube das hier ist deutlich besser. 99 Stück. Let's go. Ja, also für Frösche kann man es auf jeden Fall lassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.